Wie ist die Stimmung in der deutschen Wirtschaft? Welche Trends werden erwartet? Diese Fragen beantworten zweimal im Jahr die Finanzvorstände deutscher Unternehmen im Deloitte CFO Survey. Deutschlands CFOs blicken im Frühjahr 2016 vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Sie bewerten die Konjunkturaussichten für das kommende Jahr zwar positiv, sehen die Unsicherheit im Unternehmensumfeld jedoch auf dem höchsten Niveau seit Herbst 2012. Einer der großen Trends aus CFO-Perspektive ist die Digitalisierung der Wirtschaft. Um den Anschluss nicht zu verpassen, investieren Unternehmen vermehrt in IT-Technologie und digitales Know-how ihrer Mitarbeiter. Neben der Digitalisierung interner Prozesse und der Vernetzung von Produktionsabläufen steht die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle bei vielen Unternehmen hoch auf der Agenda. Ihren eigenen Fachbereich sehen Finanzchefs nur bedingt für den digitalen Wandel gerüstet. Als größte Herausforderung wird das Verständnis digitaler Geschäftsmodelle wahrgenommen. Weitere Einschätzungen zur Digitalisierung sowie einen Ausblick auf die nächsten zwölf Monate liefert der Deloitte CFO Survey Frühjahr 2016.